Dieser verdammte Madigan. Madigan. Nenn mich Dan. Was interessiert Sie denn überhaupt, Dan Madigan? Nur noch 72 Stunden für Madigan. Richard Widmark als Detektiv Dan Madigan. Henry Fonda als Polizeipräsident von New York, der härtesten Stadt der Welt. Inga Stevens als Judy Madigan. Sie ist leidenschaftlich, aber zu viel allein. Harry Gardino, James Whitmore, Susan Clark, Mike D. Michael Dunn und Don Stroud. Schauplatz ist New York. Die Stadt der Superlative und der Abgründe. Die Stadt der Verbrechen, der Laster und der Gewalt. Wirf die Kanone weg, Rocky. Das ist doch der Quatsch, Benesch. Hast du nicht gehört? Weg mit der Knarre! Der Kampf gegen das Verbrechen ist erwarmungslos. Das ist das Polizeihauptquartier. Und das sind die Männer, die den Kampf führen. Vom Polizeipräsidenten bis zum einfachen Polizisten. Ich erwarte Gerechtigkeit. Aber aus dem Blickwinkel des Bürgers. Nicht aus dem Blickwinkel des Staates. Das hört sich an, als meinten Sie mehr Rache als Gerechtigkeit. Einer der besten Männer ist Madigan. Er macht nur einen Fehler und übertritt selbst das Gesetz. Er wird gewalttätig. Nun sei wieder ein lieber Junge und trink deine Milch. Aber nie gegen Frauen. Nach meiner Frau liebe ich dich am meisten. Es bleiben 72 Stunden, um einen Fehler wieder gut zu machen, um einen Mörder zu verhaften. Und um sein Privatleben wieder in Ordnung zu bringen. Warum kann es zwischen uns nicht wieder so sein, wie vor deiner Heirat? Ich habe nichts zu sagen. Sie dürfen mich hier nicht festhalten. Ich verlange einen Anwalt. Sind Sie verrückt? Das tut weh. Das war nur als er fertig gedacht. Sie haben kein Recht, mich zu schlagen. Das ist ungesetzlich. Das war nötig. Du hattest mich auf Hungerkur gesetzt. Einen Freund versucht man zu verstehen und nicht zu verurteilen. Meinst du etwa, ich soll ihn deshalb anders behandeln? Das ist unmöglich. Ich räume mir ja selbst auch keine Sonderrechte ein. Und wie vereinbarst du unser Verhältnis mit deiner überheblichen Einstellung? Ach, Watsch, will auch so gehen. Es ist aus mit dir, Benesch. Komm sofort raus, oder sollen wir dich holen? Jonas schlossen. Watsch, 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 watsch.